das wäre die reife braucht brass alles klar und eisen alles klar kupfer gold brass habe ich draußen alles ich brauche noch mehr redstone und ich brauche noch viel mehr cleanstone ich muss farben gehen hier ich kenne noch efficiency auf dem ding du 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 ich brauche noch ein bisschen weg Ai, 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 ai. Na komm. Wie viel haben wir? 42. Müsste erst einmal ausrechnen. 26 machst du mir das schön. Das kann erst einmal wieder raues. Brasscheats. So. Bitte da. So. Tanz mal schön. So. Das war 3x3 brauchte das Teil bloß. So. So. Perfekt. Dann. Ah ne. Hier. Riffle. Die normale. 4 Brass. 1, 2, 3, 4. Hammer. 1, 2, 3, 4. Kommt unten mittig. Hammer. 2 Gun Barrels. Hammer. Ein Light Grip. Hammer. Und wieder eine Quest erledigt. Nice. Und das Teil. Ich brauche wieder. Ich brauche wieder ein Flint ins Deal. 1, 2, 3, 4 Stück hergestellt. So. Das. Eher weniger. So. Das. Eher weniger. Die Teile. Das hier. Und da hinten. Gibt ja insgesamt neun Waffen in der Mod. Ja. Und neun Pedestal sollst du craften. Ja. Passt ja. Wo waren denn die ganze Waffe? Ähm. Bei Armory. 1, 2, 3, 4, 5. Das müsste das sechste von oben sein bei dir. Ja. Ach so. Ah. Und das andere sind die Aussätze. Mhm. Und die Griffe. Und das ist ne Sniper. So. Uff. Wie ladet man nach? Mit R. Okay. 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 Das dauert noch ein Weilchen. Wobei. Warte mal. Das könnte ich tatsächlich. Machen. Hab ich noch. Ich muss mal wieder 3 oben drauf bauen. Ach nee. Das wird zur Seite gemacht. Haha. Ach nee. Das wird zur Seite gemacht. So. 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 Dann. 3 Pipes. Hammer. Rotes Glas. Warum ausgerechnet rotes Glas? Glas. Ja. Muss unbedingt rotes Glas sein. Creepy. Habe ich noch 2 Sand, die ich kleben drin kann? Ja. Haben wir noch. Mehr als genug. So. Und die 6 Iron Sheets. 1. 8 sind das ja. So. 1. 2. Und die 6 sind 8. Und da haben wir das rote Glas. Ja. Ist das nochmal jetzt zu Scheiben. Hammer. Passt. Assault Rifle, Heavy Rifle. Ach. 3 Mod. Oh. Sehr putzig. Ist der Darko grad bei sich? Ja. Kannst du dich mal mit auf deine Mauer stellen? Warte. Mach ich gleich. Weißt du ja eh was du baust. Aber egal. Ich muss dir erst aus der Kiste holen. Ich hab noch keinen Aufsatz und nix. Du kannst mal sagen, dass du mich nicht triffst, wenn ich 2 Meter entfernt von dem bin. Der ist jetzt erst fertig geworden. Ja. Na gut. Ich verbinde die nicht. Ich haue den Aufsatz woanders drauf. Ich will noch mal wissen, wie viel Damage die macht. Ohne Schuld bitte. Hä? Ich möchte mal wissen, ob das abkommt. Du bist ne Muschi. Na glaub ich auch da nicht. Kannst. Nochmal bitte. 3,5 Herzen. Okay. Das ist nur die normale Rifle. Ich mach jetzt die Heavy. Die kommt auf jeden Fall erstmal oben drauf, sonst vergesse ich die Reihenfolge. Ah wobei, ne hab ich ja eine Quest. So, die braucht... Ich muss die normale Rifle nochmal bauen. Okay. Okay. 4 Brass. Hammer. 2 Gunshafts. Hammer. Ein Redstone Repeater. Hab ich nicht, weil ich kein... Doch. Da. Hä? Wieso ging das nicht? Ich hab doch Clean Stone mehr als genug. fisch ist dann einmal den griff möchte aber eine pilz zu behaupten dafür peter habe ich keine mehr die haben wir alle verballert beim kampf vorhin gar nicht abgesehen in diesem urwald gibt es halt braune pilze also das urwald ist ein riesen baum komplex aber ja da müssen wir irgendwo roter sein beziehungsweise dahinter ist doch ein dingsbumswald da kannst du doch ganz normal auch rote pilze fahren so haben wir jetzt die normale rifle die kommt dann in die mitte ich brauche heavyweight pressure plates fünf stück drei vier fünf genau ein zwei drei vier fünf hammer ich habe vergessen peter anzupflanzen du kannst aber auch in den nether gehen und pilze fahren da musst du ja sowieso rechnen ist eine quest ja kloppst du raus ja mittig zwei drei vier fünf jetzt brauche ich den neuen griff dazu also einmal so alter was ich hier in eisen reinstecken das ist nicht immer normal und ich brauche wieder das und gleich habe ich die heavy rifle die wird dann mit dingsbums gemacht ich brauche schon wieder eisenscheats ich bin ziemlich verarschen alter ich habe hier schon zwistex eisen reingesteckt hallo auf sammeln zum glück habe ich das eisenmeer bisschen verdoppelt und ich brauche erst einmal das dann den griff dazu das war natürlich auch wieder eine quest und waffe ist gleich fertig äh ich krieg die quest hier instant durch noch das ist nicht mehr normal du 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 normal ist auch nicht dass ich keine braunen pilze äh roten pilze zu naja doch du hast ja kein lack dann wird wieder monopoli spielen ach komm muss weiter gestern eben apropos wir hatten gestern abend gewonnen ich aber es hat genervt und gedauert ja weil das in die länge gezogen hat deswegen habe ich dann auch aufgehört weil ich hatte ehrlich gesagt kein bock mehr ja dieses ganze hin und her jedes mal dann das ist ne wenn man halt weiß wer gewonnen hat habe ich ja auch bei mir dann aufgegeben das ist äh wie setze ich denn die dinger zusammen ah cool wo ist der daco ui ui hat das ein zoom ooooh bin ja auf bild suche immer noch ich weiß mit welcher waffe du ab sofort die fetten dinger klatschen tust ne ich weiß ja nicht ob das als kill zählt äh es wird ja gerade nacht könnte man auch mal testen wie viele normale zombies habe ich denn ich habe 36 von 125 erst mal baue ich deine mauer ab weil ich lust habe wie ist mit weinweiner die ganze mauer die ganze mauer ja fies das war mir schon klar ha 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 wo ist denn der elefantin der ist gar nicht mehr auf den baum das ist dir bewusst ne hast du den getötet nein oh ich habe zombie bröken gehört kann das sein dass der durch die mutanten zombies kommt sollen bleibt mal stehen die hätten die auf den die hätten die da drauf kommen können headshot ha 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 aua wie viel herzen viereinhalb da geht noch was wenn so verzaubert ist Zombie Ich hatte gesagt 28, ich hab mich geklatscht, ne? Nein, ja. Ich kann doch mal nachgucken, bevor die ersten kommen. 36. Ach, hier unter Tage sind die irgendwo. Ja, in der Schlucht da. Da sehe ich Hühnchen. Da. So, drei Schuss mit der. 36, 36 zählt nicht. Schade. Weiß ich, wer heißt denn die Pilze? Gib einfach das SUP ein. Da müsste die SUP angezeigt werden. Ansonsten, äh... Da wird mir nur die rote Beete-Suppe angezeigt. Ähm... Mushroom's due. Ja, ich hab's godt gesehen. Okay, die Waffe ist geil zum Trollen Aber wenn die Kids nicht zählen Ist ja kacke Und du hast nur vier Schuss mit dem Ding Man kann es zwar erweitern Wenn du schlafen, ich muss schon mal eine Runde suchen Ja, Moment Ich muss kurz gucken, wo ich die Waffe Die kommt Da drauf Oh Gott Du kommst erst mal ins Gepäck Bei mir rein da Ähm, jetzt Rifle Jetzt haben wir noch die Assault Rifle Da brauch ich wieder eine normale Rifle Ach man Es nimmt kein Ende Es nimmt einfach kein Ende Kein Ende ist in Sicht Äh, eins Eins Zwei Der Griff wird wieder so gemacht Äh, die Sheets hab ich da Wie hieß denn das Nilpferd Also Also auf äh, Englisch Schwein Musst du mal gucken, ob das eine Quest ist Dass du mit der irgendwie Hier Nein, das ist ein Schwein Ach so Das sah nur so aus, weil es im Wasser geschwommen ist Boah Im Übrigen, hau das mal mit der Faust Ich bin spät Mann Das greift dich nämlich an Dago, darf ich dann die Assault Rifle an dir auch nochmal testen Mit durchgedrückter Maustaste Das ganze Magazin Ich schieße sie dann mehr Das ist eine Assault, na klar Die schießt, äh, mehr hintereinander Und die hat 40 Schuss Macht 6,5 Damage Die Heavy Rifle macht 18 Damage Hat aber nur 4 Schuss Ja Ich hab halt nicht die nächste Waffe Jetzt weiß ich, warum ich mir einen Keller baue Waffenausstellung Hm, spät Rüstungsausstellung Waffenausstellung Jo, klar So, das war jetzt die normale Rifle Die Heavy Rifle mache ich jetzt einfach Die Rifle mit dem Adjust Dingsbums zusammen Okay Das war nicht das Adjust Äh Brauche ich ein großes Zahnrad Dazu brauche ich wieder Knöpfe Dazu brauche ich Holzloks Die ich tatsächlich hier habe Das war jetzt nicht so Ich kann ja Ich kann ja Ich kann ja Ich kann ja Und ich kann ja Alter, mein Dach. Und mir fehlen noch drei Waffen. Und dann auch die Offsätze. Oh, Granatlauncher, Minigun, Bazooka. Ich mach Blockdamage wieder an, wenn die Bazooka da ist. Ach du Scheiße, was will das? Ist das für ein Rezept? Oh, Minigun ist genauso dämlich. Granatlauncher, genauso beschissen. Aber gut, das ist das gleiche wie bei der Bazooka. Da könnte ich das tatsächlich mal machen. Vorher mach ich mir die ganzen Offsätze. Hä, was war das? Ähm, Longscope da rein. Kompi, hast du Dino gefunden, ne? Nee. Ich hab ein Krokodil was mit gerade. Was killt. Ach, hat es sich etwa Maul? Ich wurde rumgereicht. Von einem mit dem nächsten. Freu dich, das muss man auch mit einer Schildkröte hinkriegen. Echt? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also, fünf, fünf, drei. Und das ist vier, 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 drei, zwei, eins. Da kann ich das erstmal alles abbauen. Im Sumpf gibt es doch rote Pilze. Eins, zwei, drei, vier. Das müsste dann so sein. Und nicht nur Krokodile. So, und ein 3D gehen nämlich nach oben. So, äh. Ich hab ein Krokodil an. So, so, da muss hier doch noch mal eins hin. Eigentlich ist das der Quessenkrokodil zu zählen. Weiß ich nicht. Bin ich gerade überfragt. Äh, so, 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 ja, das ist richtig gebaut. Das ist ein seltsames Rezept. Da und da Brass. Hab ich. Oh, als erstes den Granat Launcher. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf Fluid Pipes. Ich hab noch sechs. Passt. So. Wow, ich find andere Pilze. Ey. Ich. Das ist Eisendor. Eigentlich darfst du mich abschütteln, wenn du mir einen roten Pilz besucht hast. Dann hält ich mich. Oh. Warte. Zurück. Bin gleich wieder da. Ich geh mal kurz näher noch. Ja, ist mir egal, wo du ihn herkriegst, aber es kotzt mich gerade an. Ja. Das ist mir egal. Ja. Äh, ja, so. Kann ich doch gleich nochmal XP fahren, um die Dings drauf auf meine Rüstung zu knallen. Fetzt. Ja, Abbeneter! Äh, Zombie! Da war ein Zombie. Alter, hier pümmeln Zombies im Näh, darum willst du mich verarschen, ne? Die sind dann da reingeklumpst. Das Portal ist so leid. Ja, aber das Portal, der Chunk ist doch gar nicht geladen. Im Portal leid, der Chunk dauert. Echt? Auch dieses komische? Wahrscheinlich. Okay. Das erklärt, das sollten wir wenigstens. Palim, palim, palim. Oh, XP. Die muss ich leider mitnehmen. Yay, schon wieder auf Level. Weil du musst eh irgendwann in Näh, da. Es ist ja eine Quest, dass du den Gas, äh, im Vanillamode klatschen tust. Ja, ich muss auf jeden Fall in Näh, da. Ich hab, es gibt ja eine ganze Level-Questreihe, aber ich möchte jetzt erstmal was anderes eigentlich machen. Ach komm, du willst doch nicht sterben. Ohne ordentliche Rüstung gehst du da nicht rein. Weil du ne Mumu bist. Och ne, ekelhafte Schweine. Oh, guck mal, ganz viele rote Pilze. Nein, jetzt hab ich zu viel abgebaut. Und ich muss erstmal flüchten. Ich hab 10 rote Pilze in einem Durchlauf gerade gefunden, ne? Habe ich halt die falsche Strategie verfolgt, ne? Ich sag doch, im Nähter easy. Ist im Nähter ganz easy. Oh, 15 Level. Nice. Oh, das ist ein Skelettviech. Ne. Nein, nicht mit mir. Ach, mit dem muss man auch noch irgendwas machen. Äh, da sind noch mehr rote Pilze. Die will ich jetzt auch noch haben. Ja, die ist jetzt die Frage. Ah, so. Äh, 12. So, äh, braune Pilze habe ich noch bei mir. Passt. Kann ich gleich welche anbauen. Äh, da, 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 da. Aber das mal schnell so hier. So, dann brauche ich noch. Äh. Musst du vorbeikommen, abholen. Ja, ich bin auf dem Weg. Schneller. So, guck mal, was war das? Ich bin leck. Sag mal. Darko. Geh in die Wüste. Da hinten ist meine Wüste. Wieso hast du da eine Farm und da ein einzelner? Weil das mein Mülleimer ist. Sag wie, deine... Farmst du bei mir ernsthaft Kakteen ab? Da hast du Müll. Nein, das sind jetzt die ersten zwei und die letzten zwei. Jetzt mach. Na, ich hab dir zugeworfen, deine roten Pilze. Ja, du wolltest doch was machen. Äh, nee, ich hab jetzt noch keine Waffen fertig. Ach so. Alter, bedient er sich wieder bei mir. So ein Drecksack. Ey, komm, du zerlöcherst mich. Und? Ich sag, du musst doch normal. Hättest du die Waffen als erstes, würdest du so auch testen wollen. Ich kenn dich. Jetzt fällt mir das auf der Eisen. Ach, leg mich am Arsch, ey. Generell, oder? Nee, im Inventar. Ach so. Äh, Mann, Mann, Mann. So. Hör mal das. Kommt da hin. Ja, ich muss ein Krokodil ausbußen. Mach das. Oh, man braucht einen Laternen und eine Eisenpicke. Und Slimebolts und Strings und ich hab gar nichts mehr davon. Ich hab keine Slimebolts mehr, tatsächlich. Und stillgatt welche, ja. Das ist dann die Bezahlung, weil du bei mir Zeug genommen hast. Ich hoffe nur, dass das reicht. Nee. Oh je. Oh je. Ah, okay, Rote Beete ist dann auch wieder was. Interessant. Also ich habe gerade aktuell noch zwei für dich übrig. Ich kann aber gerade welche noch herstellen. Dann fällt nur wieder Kaktus. Oder ich geb dir die Sachen Materialien dafür. Ich brauch tatsächlich vier Stück. Boah. Ja, ich hab hier noch sechs. Dann brauch ich aber halt wieder, ich sag, noch Kaktus. Warte mal, Weedflower hab ich glaube noch. Ich glaube, ich kann das sogar noch selber herstellen. Ja, 19 Weedflower hab ich noch. Passt. Pust, pust, pust. Lounge Prototyp braucht ernsthafte Slimes. So, das mache ich in den, das mache ich jetzt alles so, ey. So, waschi 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 waschi. Und da hab ich noch. Und da hab ich den Dug. Teig. Du hast Teig. Und jetzt brauch ich Leimteig. Vor allem, du hättest mich schon fragen können. Ich habe Kakteen. 26 Stück in meiner Kiste. Aber jetzt kriegst du sie nicht mehr. Nein, 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 nein. Stürb, stirb, stirb. Oh, zum Glück hab ich Laternen getradet. Die brauchst du für die Quest. Oh, geil. Nice, 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 nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, die muss ja brennen. Bist du mit an die richtige Wand? So, blödiger. So, da muss wieder das rein. Das und das alles am besten. So. Gut, das dauert jetzt. 19. Weiße Farbe habe ich. So. Das kommt erst mal da rein. Genau. Oh, ich kann wieder Med herstellen. Med? Ja. Hast du mal hergespielt? Nö, ich farbe zwischendrin nochmal Honig. Stell dir vor, Med machst du aus Honig. Du, 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 du. Du, 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 du. Hast du auf? ach schade leer geschossen ich kann dich da somit nur unterstützen advanced bullets da ich müsste irgendwann mal anfangen mit kelp abzuernten ja ich will das halt nicht ich brauche das ab und warte mal strings kann ich doch ganz easy herstellen schäfchen eins schäfchen zwei mitten beim schlafen einfach mal abgeschert so die kommt da rein und hier habe ich noch 16 17 18 19 21 strings drinne passt 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 eisen wird jona durchgerabbert weins muss ich wieder ernten so meintest ja das mit dem catch the wind funktioniert irgendwie nicht das supportet diese aufgabe die habe ich nicht verstanden moment die ganze zeit schon versucht aber ich kapiere sie nicht welcher questabschnitt zweiter von oben zweite von oben und dann rechts oben in der ecke supportet einfach aufbauen das sind diese ich kann nämlich die aufbauen moment einmal an ein shaft an ein wheel und an eine pipe anbauen dann ist die quest erledigt und glaub mir die pipes brauchst du auch noch dann kannst du übrigens ich glaube sogar flüssigkeiten transportieren also jetzt zum wasserrad hin und die haben drinnen noch zahnräder dass du damit sogar maschinen antreiben kannst und die brauchst du aber auch für die waffen so green hammer jetzt haben wir lime green jetzt habe ich auch 38 stück so viel brauche ich doch never so haben wir 18 slime balls eine fluid pipe ist das das wollte ich nicht anklicken sondern das da 1 2 3 stück so dann brauche ich einen grappler braucht eine laterne und eine eisenpicker das habe ich das habe ich das habe ich und das habe ich grappler hammer und daraus wird der launch prototype gemacht da fehlt mir noch das der mechanical pist ne habe ich ganz schnell gecraftet so nochmal das Teil ach das wird immer teurer ey das wird immer teurer hier äh das teuerste ist immer der redstone repeater welcher mensch hat zu viel äh äh cleanstone über eine sache fehlt jetzt noch und zwar ach der tactical dingsbums da brauche ich wieder feuerzeug eins zwei drei kakaobohnen haben wir noch gar nicht oder kakaobohnen ne ich habe nur noch keinen dschungel gefunden das da und noch eins das macht er eigentlich ein bisschen weg ich habe glaube ich alle kühe in der Umgebung gefehlt ja und ich habe keine kuh mehr ja also auch gekillt zwei drei kommt doch an was du unter killen verstehst die ging mir auf den sack ne platte ne platte ja genau das verstehe ich da unter ähm einfach kurz die nacht kellen die geht mir auf den sack ja moment ich mache das rezept hier noch fertig so ich bin bescheid ich habe immer ein bed dabei ja wenn ich längere zeit unterwegs bin will ich schon mal ein bed dabei haben ja klar aber wenn du das ja ab brauchst dann vergisst danach wieder zu hängen dann wieder irgendwo ja man kriegt einen deathpunkt also das ist nicht das problem ja gut eins zwei drei vier es wird Zeit dass ihr wieder bumsen tut so da haben wir gleich den granatwerfer hast du auch granaten nö und den aufbau der mechanical crafting kann ich auch gleich fürs nächste benutzen bazooka braucht smart fluid pipes ja ich weiß warum ich so viel hergestellt habe kann man den granatlaunch auch noch aufrüsten kann man tatsächlich noch aufrüsten ja oh shit ey so bazooka sechs brass habe ich das doch habe ich noch hä das sind brass ingots ok ich habe das irgendwie immer im gefühl ich sollte mehr herstellen als man braucht und es bewahrheitet sich in jedem pack ne stimmt also ja es bewahrheitet sich meistens aber es bewahrheitet sich in so vielen fällen auch wiederum nicht nur da es sich halt nicht stört oder da es keinen eigentlich stört merkt man das nicht wenn es halt nicht gebraucht wird ja zwei drei vier so ich stelle mir jetzt zwei redstone repeater her so die werden späne benötigt so dann haben wir schon mal die hälfte fertig von dem rezept hier brauche ich eine eisen picke da haben wir das und da haben wir wieder der piste warum da haben wir wieder dieses teil jetzt fehlen nur noch die pips dazu brauche ich die red tubes und kupfer kupferplatten und kupfer ingots und zum glück habe ich so viel kupfer gefahren das war zu weit geworfen so 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 oh man kriegt ja aber 8 stück raus jetzt habe ich 41 41 ok 1, 2, 3, 4, 5 brauche ich erst mal nur von den Dingern. Scheiße, sechs gemacht. Bazooka auch gleich fertig, Darko. Alter. Und jetzt muss ich gleich das Rezept wieder umbauen. Weil das gleich wieder ganz dämlich aussieht. Oh, ganz. So, um. Too much stress. Und dann gibt es noch auf die Minigun zu. Der würde ich gerne mal jagen. So, dieses too much stress schon. Wo? Immer noch zweite. Ganz rechts ist dieser rote, durchgestellte Block. Ja, hab ich. Das sind diese zwei... Ja, das sind diese zwei... Dieser Stressometer und dieses andere... Ja, einfach aufbauen. Einfach aufbauen. Einfach nur aufbauen. Ja, aber anschließend. Nein, einfach nur aufbauen. Das reicht schon. Ich hab nicht mal mehr so einen von diesen Dreckscasings. 2, 4, 5, 2, 4, 5 und 3. Nein, das war falsch. So. So. Erzähl mal, ich hab' den scheiß Kompass. Brauchst du welche? Ich hab welche getraded gehabt. Hey, jetzt hab ich schon einen. Okay. Ich dachte, du hast Uhren getraded. Uhren und Kompasse. Ich hab' keinen Kompasse. Ey, da. Minigun, 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 Minigun. So, 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 so und so. Ne, das da unten nicht. Das kann wieder raus. So. Dann. Tatsächlich brauch ich... Ich bin jetzt hingestellt, halt. Beide? Ja. Okay, bei mir hat es nämlich ausgereicht, dass ich die einfach nur hingestellt hab. Ich hab' da nämlich gar nix angeschlossen. Die stehen ja immer noch hier. Eben hast du die Quest ganz oben rechts? Doch, ich hab' die. Ich hab' alle bis auf Catchingswind. Und ich hab' bei Too Much Stress einfach nur die Maschine hingestellt. Alle Bäder. Kann auch sein, dass du vielleicht mal durchrennen musst oder so. Keine Ahnung. So, das Teil. Äh, sechs Gun Barrels. Ne, die krieg' ich gar nicht mehr hin. Wollen wir mal. Strings, Wein, doch krieg' ich hin. So. Machen wir die Fünfe. Und jetzt fehlt nur noch der Griff. Der ist easy. Noch mal kurz zu dir. Du meintest ja, du hattest bei der Maschine schon mal beinahe nur überlastet. Aber nicht bei den Bäden. Ne, aber bei denen, die sind doch beinahe schon, äh, angeheim. Und ich versteh' die Quest eigentlich so, dass, äh, der zeigt ja an, wie ausgelastet die sind. Naja, dann musst du mal hin, musst du mal hinbekommen, dass deine Zahnräder stehen bleiben. Dass du das, äh, einfach irgendwie mit einem, das kannst du mit diesem komischen, schwarzen Gummiband, kriegst du das ganz schnell hin. So, Minigun ist auch gleich fertig. Hui. Was brauchen die an Munition? Basic Bullets, 100 Stück, Damage, 3. Bazooka, Damage, 25. Granat Launcher, Damage, 15. Boah, die ist sogar so geil animiert. Boah, ganz ehrlich. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ich weiß nicht anders. Ich weiß nicht, wie ist es. Ich weiß nicht, wie ist es. so jetzt darf ich jetzt darf ich ist schon leer ich hatte nur 26 schuss drinnen gehabt guck mal hast ein extra herz bekommen ach jetzt verstehe ich das jetzt ist das mit den herzen funktioniert ich habe keine munition ich habe keine granaten dafür erklären wir das geheimnis gegen den herzen mit wasser jetzt so fast und hast gegessen da hast du ein extra herz dazu bekommen dann hätten wärst du aber schon lange eigentlich ich habe ich es ja nicht jedes mal wenn ich fast da und bin also ich kann es mir nur so vorstellen weil ich habe jetzt einen haufen rapids juice gegessen und das hat nicht wirklich was gebracht ach du heimatland wie sieht das hier aus bei mir holy shit voll die waffensammlung und jetzt muss ich noch die ganzen offsets zu machen und dann habe ich die nächste quest 3 komplett durch die aussätze sind wenigstens einfach nein ja ich brauche schon wieder essen du sagst das was hast du jetzt schon wieder gemacht ich habe gerade alle meine zahnräder abgebaut das ist mir auch schon sehr oft passiert dagoa im blick jetzt bin ich kann mir das nicht merken so erster aufsatz medium scope brauche wieder iron sheets stellen wir gleich wieder ein paar mehr her medium und den schalldämpfer brauche ich noch dann ist die quest fertig ich brauche noch eine maschine und schalldämpfer und quest fertig komplett aber mit der minigun kannst übelst geil die fetten zombies weg klatschen vor allem ich konnte halt nicht gegenlaufen du hast mich halt in eine enke reingeschossen wortwörtlich missl ich habe tnt ich baue mir so eine missl ja irgendwo hatte ich doch so wunderschön aber ich habe nur eins auch kraft ich mir ganz schnell das kraft man uns doch ganz schnell ach das ist ach du scheiße ist das für ein rezept ok wie soll ich denn die dinger da aufbauen ja das geht schräg nach oben das rezept wie so ein pfeil ich meine diese komischen windansaugteile sind eigentlich voll gut für eine mobfarm windansaugteile wo du alles mit wasser reinmachst wo du diese sachen wäschst quatsch herstellst und so weiter die saugen bis zu fünf sechs blöcke an hä wie soll das funktionieren warte mal ich muss da stellst du gerade granaten aaaaaaah das ist scheißegal stimmt stellst du gerade granaten ne warte sonst hätte ich welche mit bestellt brauche wieder eine eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf was kosten granaten ich glaube ein bisschen terracotta ja glänz grünes glänzendes terracotta Schlimm. Keine Ahnung. Das kannst du alleine machen ey. Ich tu nur ein einziges Mal was jetzt hier herstellen. 1, 2, 3 Gunpowder. Und das da. Ich hoffe das passt so. Echt, das hat der Teil ja nicht zu mir überlassen. Ich komm mal vorbei bis das Ding fertig ist. Ja, aber noch eins der. Wo bist der denn? Ich wundere, das baue ich nachdem ich das alles habe wieder ab. Ja, warte mal. Ne, warte mal. Bau das jetzt mal hier hinten ran. An das und das Zahnrad. Geht nicht. Dann müssen die nämlich anders sein. Ne, die Reihe meine ich auch gar nicht, Alk. Das ist erstmal scheißegal. Nein, das ist nicht egal. Das Teil misst das hier. Und die sind nicht miteinander verbunden. Äh, das ist scheißegal. Das muss Gorni dran sein zum anhalten. Das Ding habe ich als allerletztes gebaut. Bevor das mit den Zahnrädern bei mir war. Ja, das ist auch nur wegen dieser Quest. Das Teil da muss in diesem roten Bereich rüber rutschen. In diesem dunkelroten Bereich. Ja, aber wieso habe ich die Quest ohne dass das Ding im roten Bereich war? Ja. Der wird bei Sicht, oder? Das ist sie vielleicht schon. Einmal irgendwie so überlastet. Naja, weil ich sie zum Stehen gebracht habe, die Zahnräder. Das habe ich mit dem Förderband gemacht. Aber da guck mal, die rennen wieder Mobs rum. Ja, okay, ich korrigiere die Rennen bei mir hier unten rum. Oh, wird schon wieder Zeit für ein Päuschen. Da muss ich das Ding dann testen. Da muss ich das dann testen. Ähm. Ja. Wo stelle ich mich hin? Hier hin. Gut, ich bin gleich wieder da. hier hin. Da geht's.